Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch brüßen. Ich hoffe ihr habt einen guten Tag gehabt, habt gut geschlafen. Auf jeden Fall besser als ich, denn ich habe die letzte Woche komplett GG geschlafen. Aber das hält uns nicht davon ab, hier mal auf den PW zu schauen, denn es gibt wieder richtig krass viele Endungen, deswegen müssen wir auch ein bisschen Gas geben. Zum einen haben wir Mecha-Aurelion. Sieht ziemlich cool aus, muss man insgesamt sagen. Es ist einfach so ein freaking Raumschiff. Allerdings schwierig. Ich finde Aurelion Aschenlord, der ist super, super geil. Deswegen wüsste ich nicht, ob dieser wirklich besser ist und ich mich zu diesem entscheide. Sieht aber definitiv nicht schlecht aus. Dann haben wir noch Mafia-Braun, der hat einfach einen freaking Tresortür in der Hand. Dann haben wir Cosmic Queen Ash, die sieht ziemlich cool aus, muss man definitiv sagen. Dann haben, sieht ein bisschen aus hier, vielleicht so eine kleine Anlehnung an die Banshee-Königin Silvanas. Vielleicht ganz, ganz dezent, mit dem weißen Gesicht. Dann haben wir noch Lulu, diese Masken sind auch immer ganz cool, muss man definitiv sagen. Und noch den guten Zinsau. Ich muss sagen, Cosmic Queen Ashken sind super geil, man sollte es aber nicht übertreiben. Wenn man damit jetzt alles zuspammt, dann ist es auch nicht mehr so geil. Es gibt ja auch wieder Chromas, super. Also die muss man sagen, Chromas sehen mittlerweile halt wirklich gut aus. Aber gut, das interessiert uns alles nicht. Nexus Blitz. Nexus Blitz, der neue Mode kommt, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Vielleicht werde ich das on-stream auch mal mit Subs oder Viewern spielen. Ich habe sogar mal die Überlegung, ich bin noch nicht, wie ich das anstellen soll. Vielleicht der... Au, ich habe mich gerade gestoßen. Oh, das tut übel weh. Ähm, dass ich da ein Turnier für mache. Da hätte ich auf jeden Fall Bock für. Da hätte ich... Das könnte richtig cool werden. Dann könnte man direkt die komplette Triad-Schelle. Vielleicht wäre es zu früh, weil dann würden einige Leute komplett Triad wissen, was sie machen. Und andere Teams wären so Noobser. Vielleicht fördere ich dadurch auch, dass die Leute sich direkt damit beschäftigen. Wäre... Äh, die Idee wäre auf jeden Fall mal cool. Dann müsste ich mal schauen, ob ich das machen kann. Ja, kommen wir zu den Champions, meine Freunde. Atox. Dadurch, dass ich ja jetzt relativ viel caste, ich werde am nächsten Wochenende auch wieder casten, kann man auf jeden Fall sagen, dass ich weiß, was es gerade abgeht. Und das hier sind... Hier sind sehr, sehr viele Changes für die LCS mit dabei. Das heißt, Atox im Solo-Cue hat 48% Winrate. Ist okay, ist noch nicht mal so krass. Aber im Competitive, gerade in der LCK ist der Pick or Bun. Und in der LCS sieht man ihn auch öfters gebannt oder gepickt. Äh, hier wird also sein Heal gegen Non-Champions reduziert. Das ist ganz cool. Das heißt, er macht den gleichen Heal gegen Champions. Ist genauso stark. Kann sich aber während der Trades nicht einfach wieder komplett hochhealen. Das ist eine gute Mechanik. Außerdem bekommt er, wenn er seine E's gerade skillt, nur noch ein statt zwei Stacks. Was ebenfalls wichtig ist, weil wenn du Level 2 wirst und der Gegner ist Level 1, dann hast du direkt zwei Dashes zur Verfügung und kannst quasi Q, E, dann noch irgendwas Q und dann wieder Q, E. Das ist halt komplett GG. World Ender hat mehr cool und finde ich absolut okay, weil die Ultimate, die fuckt mich wirklich komplett ab, muss man einfach mal sagen. Na, das ist in Ordnung. Amumu, ja, Kala hat es glaube ich auch schon gesagt. Amumu ist ein Champion, den niemand spielt. Und ich habe auch immer gesagt, es gibt einfach Champions wie Sejuani, die das können wie Amumu, nur besser. Klar, sie hat hier noch einen Skillshow auf der Ult, etc. Aber dafür hat sie auch mehr Möglichkeiten. Bei ihm ist es so, man sollte ihn dennoch nie unterschätzen. Ich finde Amumu nicht zwingend schwach. Vor allem die Passive auf der E, die er hat. Das heißt, er kriegt reduzierten Schaden. Das sind irgendwie fünf oder sechs Schaden auf Stufe 5. Das ist im Early Game super krass, muss man sagen. Und dadurch kannst du einige Trades gegen ihn verlieren. Aber im Late Game scale das Ding halt einfach nicht mit. Das sind immer noch fünf oder sechs. Und jetzt scale das Ganze. Das heißt, ihr seht hier, der scale mit Amor und Magiressens. Das ist drei Prozent, finde ich auf jeden Fall cool. Fizz. Ja, ne, right. Ich würde ja super gerne mal patchen. Ich meine, so wie sie patchen, kommen sie auch ans Ziel. Denn sie machen halt einen überkrassen Buff. Merken, es ist zu krass. Und dann nehmen sie genau die Mitte von vorher und jetzt. Und dann sind sie halt da, wo sie hinwollen. Ne, dass Fizz zu stark wird, war absolut klar, muss man einfach sagen. Ne, das heißt, zehn Prozent wird jetzt wieder von seinem Active runtergenommen. Fünf Prozent von seinem Onnit. Und sein Koopi wird nochmal überall zehn Prozent genervt. Das sind schon harte Nerves. Dadurch, dass die Winrate aber gerade so gut angestiegen ist, ist es okay. Wobei ich nach wie vor sagen muss, ich kann mich mit dieser W nicht identifizieren. Give back alt execute dot W. Ja, die Damage over time W. Die fand ich geil. Die mit Execute Damage. Das hier ist, weiß ich nicht. Ja, Hackerim ist auch aktuell ein Champion, den niemand spielt. Der hat auch immer so seine Phasen. Der ist krass, war nicht so krass. Durch diese Änderung könnte ich mir vorstellen, gerade Janker spielt ja auch ganz gerne Mackerim, dass er wieder reinkommt. Zehn Prozent mehr Addis-Gang auf der Q ist ziemlich gut. Und 15, also auf 215 Damage jetzt. Und das ist ja auch der erste Spell, den du magst. Deswegen, das sind super gute Änderungen. Deswegen spammst du überkrass durch. Das heißt, wir haben hier einen guten Buff auf den Spell, den du wirklich zwei, drei, vier, fünfmal benutzt. Ja, das darfst du ja nicht nur einmal regnen, sondern öfters. Leona, aktuell ein Champion, der einfach Outclass wird durch andere Champs, wie zum Beispiel Braum. Ja, bei ihr, ihre Wehe hat einen Cooldown von 14 auf allen Stages. Ich muss sagen, ja, das ist im Late Game auch einfach, glaube ich, schon zu viel. Dadurch ist sie nicht so stark im Late Game. Deswegen jetzt auch der Spell, den sie als erstes magst. Das heißt, sie kommt mit Level 9 direkt an den Cooldown von 10 Sekunden. Ist ein guter Buff. Ein ziemlich guter Buff. Nautilus. Nautilus ist schwierig. Nautilus hat nämlich Changes, die Buff und Nerf gleichzeitig sind. Das heißt, aktuell ist Nautilus Kacke. Sein Shield wird von 85 auf 100 gebuft. Ist ein Buff. Ganz dezent. Allerdings gelt das Ding nicht mehr mit 17% Max-RP, sondern nur mit 13% Max-RP. Ist also ein Nerf. Und insgesamt würde ich das hier erstmal als Nerf betrachten. Dafür, dass das hier aber ein Nerf ist, meine Freunde, wird die Duration gelauert von 10 auf 6. Ne? Also nochmal ein Nerf. Ja, auch relativ wenig, aber das reicht. 10 Sekunden ist viel. Was willst du mit einem 10-Sekunden-Schild? Außerdem wird jetzt aber, und das macht das Ganze wieder even, der Cooldown. 18 Sekunden. Das ist viel zu viel. Ich erzähle euch, was 18 Sekunden Cooldown bedeutet bei Nautilus. Das bedeutet, dass du, weil das Schild natürlich auch so unglaublich lange hält, du deine W angemacht hast, also das Camp Spawn bei 1,30. Und du machst deine W schon, keine Ahnung, bei 1,22 oder sowas an. Ne? Alter, draußen ist der übelste Hurricane gerade mega am Regnen. Holy Shit. Ja, auf jeden Fall musstest du dein W einfach so unglaublich freund machen, damit du deine W auch schnell wieder ready hast. Jetzt hat man die Möglichkeit, mit so einem Cooldown die W öfter zu benutzen. Du kommst besser durch den Jungle durch, kannst jedes Mal bei jedem Camp die W haben, während du vorher nur bei jedem zweiten Camp die hattest, ne? Deswegen insgesamt wird es wahrscheinlich schon ein Buff sein, auch wenn es hier ein bisschen weh tut. Orianna wird übrigens auch sehr, sehr viel im Competitive gespielt, wird genervt. Quinn ist aktuell auch super, super strong, habt ihr ja mein Video vielleicht noch gesehen. Naja, das heißt, auch hier wird die AD pro Level reduziert, das tut weh. Und auch Rakan ist so eine Allround-Waffe, muss genervt werden. Da geht's weiter und wir haben einige Tank-Changes. Ich hab ein bisschen Angst, ja. Wir hatten schon Amumu, da unten haben wir gerade Seon gesehen, hier haben wir Rammus, ne? Tanks, Tankmeter mag ich nicht, Leute. Ich brauch irgendeinen Champ, den ich spiele, wenn Tankmeter ist, der alles rasiert. Vayne, man. Ich bin gerade wirklich am überlegen, wieder mehr ADK zu spielen. Gestern hatte ich wieder... Na, die KM-Team... Die Gegner hatten Lieblanc und Lee Sin. Ähm, und... Egal, lass mir, vielleicht erzähle ich das mal anders mal. Ja, auf jeden Fall, Defensiv-Curl wird um 10% erhöht. Und auch seine Magic, also gegen Amor, 10% gegen Magiel-Sense, 5%. Auch hier gute Buffs, definitiv. Und Seon kriegt jetzt mehr AP gegen kleine Minions und gegen große. Tahm Kench wird allerdings zerstört. Auch hier, muss man sagen, absolut ehrenloser Champion, wird ja auch sehr, sehr viel auf Worlds gespielt. Ein Lieblings-Pick von Grab. Von Grab. Von Grabs. Ähm, Tahm Kench, das Ding ist, du machst eine überkrasse Kombo, machst die Synergie, ja, der fliegende Hurricane des Todes mit der gewaltigen Klaue des gigantischen Gottes. Was passiert? Der frisst einfach auf. GG, langweilig. Jetzt wird geändert, hier oben erstmal dies, das mit der Q, das ist okay. Das Wichtige hier ist die W. Okay, die W frisst jetzt erstmal nur noch 4 Sekunden auf jedem Rank, ja. Außer bei Gegnern, da ist es reduziert. Das heißt, man kann die Mates nicht mehr so lange drin halten, das tut schon sehr, sehr weh. Und der Cooldown wird von 14 Sekunden auf 28 erhöht. Diese Challenges hatten wir schon mal, kam allerdings nicht durch. Dadurch, dass sie jetzt wieder hier sind, gehe ich davon aus, dass es diesmal was wird. Ähm, holy shit, 28 Sekunden, da kannst du die W wirklich gleich als Ultimate markieren, ne. Ich meine, eigentlich hätte das ein Ultimate sein können, so stark wie sie ist, ne. Frisst deinen Verbündeten auf. Und du rennst schnell oder so. Cooldown, äh, beziehungsweise Kosten werden reduziert. Jetzt kommt aber das Coole, was ich sagen muss. Defensives Play wird überkrass gepanischt, dadurch, dass du 28 Sekunden hast. Ich hätte gesagt, 22 Sekunden hätten auch getan, ne. Auf 28 Sekunden ist ein bisschen krass, das ist ein Tod. Ich sag, das ist ein Tod, glaube ich. Vielleicht ist das eine W so mächtig, dass sie ihn trotzdem noch spielen, aber ich denke, das ist ein Tod. Aber der Cooldown wird reduziert um die Hälfte, ne, also auf 14 und im Late Game auf 8, wenn du das benutzt, um Damage zu machen. Ja, das heißt, wenn du den Gegner auffrisst, dann ist das cool. Ja, die Frage ist, ich denke mal, wenn man einen Minion auffrisst, wird es auch reduziert um die Hälfte. Das heißt, für Offensives Play ist es cool, für Defensives Play, no, 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 not so cool. Ja, Talia ist natürlich aktuell auch ein super krasser Pick. 5 weniger Move-On-Speed, klingt wenig, ist aber super krass viel. Denn sie hat ja ganz viele Prozentuales Gangs, das heißt, ihre Passive-Scale-Prozentual, ne, und die nimmt sich dann ja den Wert hier, darauf Prozentual was. Genauso auch wie ihre, wie ihr Worked Ground, ja, das heißt, es tut schon weh. Und auch ihr Seismic Shove, das ist diese kleine Talia-Wall, also womit diese Mini-Arte-Wall. Also, hier wird der Cooldown von 12 auf allen Ranks auf 16 erhöht. Das Problem ist, dass dieser Spell der letzte, den du magst, das heißt, du hast bis ins Late Game, bis Stufe, ja, was heißt Late Game, aber bis Stufe, ich glaube, so 13 oder 12, hast du vier Sekunden mehr Cooldown auf der W. Das tut super, super krass weh und die Ultimate gibt keine Vision mehr. Das ist auch wichtig, das heißt, du kannst das Ding nicht mehr einfach beim Barrel-Pit reinhauen und siehst, wie viel oder was da Sache ist. Du kannst das nicht mehr, hast generell, ne, das ist so ein Himmelsfahrtskommando, du machst einen Holt an und dann gehst du mit. Und dann siehst du auf einmal, dass fünf Leute da sind. Das ist krasser, als es sich anhört, also das ist schon, tut weh. Trundle ebenfalls, ne, ich glaube noch nicht, dass der Worlds-Patch ist, aber es sind viele Änderungen dafür da. Super krasser Flex-Pick, wird quasi jedes Game gepickt, fast jedes. Damage um 40 reduziert, dafür 20% mehr Scaling und weniger Duration, von dem du die ADW kommst. Äh, das heißt, man nerft hier Tank-Trundles, die sowieso immer gespielt werden mit Säckes, etc. Buffed hingegen oder gleicht AD-Trundles so ein bisschen aus, ja, vielleicht so Top-Lane-Trundles. Wobei Trundle ja nie wirklich viel AD baut, sondern meistens eher dann sowas wie Trinity, da ist ja nicht richtig viel AD drin. Ja, vielleicht ne Ravenous Hydra oder sowas in der Richtung, ja, das dann auch wirklich alles. Trundle mehr, Trundle mehr aktuell ist auch super, super stark, wird super viel auf der AP-Variante abused, die AP-Variante hat einen richtig krassen Cooldown von 40%. Und hier kommt das Problem so ein bisschen, das heißt erstmal macht, oh, ich bin falsch verbunden hier, ich bin falsch verbunden. Erstmal, äh, das heißt hier, der Cooldown wird reduziert im Late-Game von 7 auf 9. Äh, erhöht, meine ich, tut mir leid, pardon. Genau, das Ding ist, das klingt erstmal krass und das tut auch weh, aber das tut eigentlich dem AD-Trundle mehr, meiner Meinung nach, mehr weh. Das Ziel bei beiden Trundle mehr ist es eigentlich, oder nicht bei beiden, aber beim AP-Trundle mehr sind 40% Cooldown. Beim AD-Trundle mehr, der hat auch nicht selten 20, 30%, nicht immer 40%. Und hier ist das Ding, wenn du mit 7 Sekunden, ja, du kriegst 2 Sekunden Cooldown wieder, wenn du den Gegner zum Champion krittest. Das heißt, du packst jetzt hier deine 40% CDA drauf, dann bist du bei irgendwas mit 4, 3 Sekunden, ja, so 4 Sekunden. Dann krittest du Gegner einmal, krittest nochmal, dann kannst du es wieder einsetzen. Ja, das heißt, es hat einen Cooldown von effektiv anderthalb Sekunden oder so. Und hier wird das jetzt, also das sind nicht 2 Sekunden, die oben drauf kommen, sondern vielleicht so 1 bis anderthalb, irgendwie sowas in dem Dreh, wenn wir diese Rechnung angehen. Aber ja, Wukong aktuell auch immer noch sehr, sehr stark, wird genervt, weniger Damage, weniger Scaling. Zoe, ich rate euch ja jedes Mal, dass ihr Zoe mainen sollt. Und jedes Mal kommt in meinem Gehirn so ein bisschen die Idee, Tobi, wie wär's, wenn du selber mal Zoe mainen würdest? Wäre bestimmt ein geiler Champion, würde dir gut stehen. Und ich denke mir auch, und ich bin auch immer im Ringen und würde sagen, ja, sollte ich eigentlich tun. Aber sie wird immer und immer und immer und immer wieder genervt. Holy shit, und dann immer an den richtigen Stellen, wo es wehtut. More Sparkles, ihre Passive. Ja, jetzt weniger, ähm, weniger AP Scaling, weniger Damage und nochmal 15% weniger Scaling auf der W. Das ist halt wirklich heftig. Wir haben jetzt noch einige Challenges an Summoners, oder eine an Summoners, weniger Cooldown. Und jetzt an den Runen, Leute. Und hier sind einige Sachen dabei. Assassins werden super genervt, beziehungsweise alle aggressiv spielenden Champions. Und alles, dadurch wird automatisch das Late Game und auch wieder RDKs gewafft. Ja, das heißt, wenn ihr in Articare Main seid, könnt ihr euch freuen. Ja, was passiert? Wir haben aktuell Electrocute und das wird geändert, so wie damals das Thunderlord so ein bisschen. Wir haben einen Effekt, der macht super viel Damage mit einem super geilen Scaling auf einem super hohen Cooldown. Das ist aktuell das Ding. Es wird jetzt geändert, dass wir einen Spell haben, der nicht mehr ganz viel Damage macht. 40 weniger, gerade auf Early Game, 20 weniger, das tut echt weh. Weniger Scaling hier, weniger Scaling da. Dafür die Hälfte an Cooldown. Das heißt, für aggressives Play in der Mitte ist es eigentlich gut für Assassins. Ja, für Jungler ist es nicht so geil, weil die ganken vielleicht, ja, vielleicht nicht alle 50 Sekunden. Aber wenn du Level 6 oder Level 7 bist, dann steht hier auch nicht eine 50, sondern eine 30 oder eine 35. Dann ist es dann nicht mehr so wild. Ja, das heißt, für die Champions, die alle 35 Sekunden irgendwo ganken, naja, die wollen natürlich lieber einen zerstörenden Effekt. Für den Midlaner ist es okay. Im Late Game ist es aber für alle Nerf, denn der alte Effekt mit ganz viel Damage auf 25 Sekunden untergescaled und der neue auf 20. Ja, GG. Cheap Shot ist einfach Müll. Keine Ahnung, was man damit machen will. Ähm, Sun Impact wird generft, hält sich in Grenzen, tut aber definitiv weh. Drei weniger hier, ne, und dann nochmal zwei da. Summon Arry weniger Damage, allerdings mehr Shield. Celerity weniger Scaling und Scorch. Bei Scorch ist jetzt ebenfalls das Ding, es macht nur die Hälfte des Damages, hat aber die Hälfte an Cooldown. Ist ein Nerf, weil, dass du alle zwei Sekunden ein Damage, ein Damage, ein Spell auf den Gegner triffst, ist sehr wahrscheinlich oder sehr gut möglich. Dass du alle zehn Sekunden ein Spell auf den Gegner triffst, ist eher unwahrscheinlich. Das größte Problem, was wir hier haben, dass die mal einfach einen Marker machen sollten, das wäre für mich mal ein richtig großes Why. Warum? Damit man sieht, wenn Scorch wieder ready ist. Naja, das ist eine Katastrophe. So ein Ding, was da hoch teilt, das kann nicht so schwer sein. Damit man sieht, okay, Scorch ist wieder ready. Vor allem, wenn das Ding zehn Sekunden cool hat, dann wird das noch wichtiger werden. Ja, wir haben noch eine Änderung, die leider zurückgezogen wurde, und zwar ist es nämlich Yasur. Ja, ich habe das ja auch im Titel drin, wurde, ja, ich habe das, der Bild war schon fertig, ich habe jetzt das Video angeschmissen und dann sehe ich, dass es reverted wurde. Das heißt, ich denke aber dennoch wird ein Change kommen, denn Yasur ist aktuell sehr schwach, er leidet unter diesen ganzen AD-Item-Änderungen und er wird definitiv gebufft werden. Und ich denke auch, dass sowas vielleicht nochmal wiederkommt, vielleicht nicht genauso stark, aber wir haben hier eine Änderung von plus 100% Base, ah, jetzt sind es Bonus-AD-Scaling ist es sogar. Ich dachte, das wäre BAD, Base-AD-Scaling, ne, das wäre dann Total-AD-Scaling. Also Bonus-AD, dann geht es ja sogar noch. Aber 100% mehr AD-Scaling auf seiner Ultimate von 150 oder 250%. Ich habe schon ein bisschen hin und her argumentiert. Das Ding ist, es ist Bonus-AD. Das bedeutet, wenn so eine Änderung durchkommen würde, ich meine, was baut ihn ja so im Early-Game? Er baut einen Dorans, klar, davon wird er profitieren, aber dann baut er Attack-Speed, also das heißt einen Phantom-Dance und bis er dieses Item fertig hat, 3000 Gold oder 2 irgendwas, da hat er 0 Damage auf das hier bekommen, weil er kein einziges AD-Item baut. Vielleicht würde man wegen dieser Änderung sagen, dass man ein AD-Item anfängt, glaube ich nicht. Ne, das heißt im Early-Game würde man gar nicht davon profitieren, aber spätestens ab dem zweiten Item, was sehr, sehr oft, also wenn du in Infinity-Edge gehst, super krass, damit würde er unglaubliche Effekt zerstören. Wenn du jetzt sagst, du würdest dann sowas wie Sterex gehen, was auch aufgebaut wird, dann wäre es nicht ganz so krass, weil nicht so viel AD drauf ist. Im Late-Game tut das unglaublich, eigentlich ist das eine falsche Stelle, weiß ich, bin mir nicht sicher. Das Ding ist, im Late-Game ist ja so eine komplette Maschine und wenn sie so einen Change durch, eigentlich müssen wir ein Early-Game buffen, meiner Meinung nach. Weil wenn sie seinen Late-Game buffen, dann ist er eh schon unsterblich und tötet alles. Dann macht er das nur noch viel besser. Weiß nicht, ob das die richtige Einstellung ist. Ihr könnt mir ja gerne sagen, was ihr bei ihr so ändern würdet. Ich weiß, ihr würdet ihn rausnehmen. Das waren die Changes, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja sagen, was ihr am geilsten fandet oder ihr nicht so am geilsten. Kurz zu den Runen muss ich noch sagen. Naja, das Video ist schon wieder so fucking lang. Ich wollte eigentlich kürzer haben. Ich könnte mir bei all diesen Runen vorstellen, dass die für den neuen Game-Mode sind. Da hast du nicht so viel Zeit. Da brauchst du Electric-Rude öfter, da brauchst du Scorch öfter, da musst du Gas geben. Ich habe aber extra mit dem PBE gedownloadet und diese Runen-Changes sind gerade für alle. Auch für Summoners Rift. Deswegen mal sehen, ob sie es vielleicht noch für Nexus Blitz exclusive machen. Ich wünsche euch was. Haut rein, auf Wiedersehen und Tschüss.